Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Lena Meyer-Landrut und Marc Forster ein Paar. Es ist das Liebesgerücht des Tages. Offenbar sind Sängerin Lena Meyer-Landrut und Sänger Marc Forster ein Paar. Wie die BILD berichtet, sind die beiden Musiker schon seit den vergangenen Spätsommer zusammen. Nicht nur das, wie die Bunte berichtet, sollen die beiden gemeinsam im Silvesterurlaub gewesen sein. Dabei sollen sie ganz offen ihre Liebe gezeigt haben und Händchen gehalten haben. Schon bei The Voice Kids hatten sie 2016 beruflich miteinander zu tun. Damals waren beide noch in anderen Beziehungen. Danach sah man die beiden immer mal wieder zusammen bei öffentlichen Veranstaltungen. Allerdings nie als Paar. Freunde aus der Musikszene wussten aber seit Monaten, dass die beiden fest zusammen sind, berichtet die BILD. Auf Instagram ist davon bislang nichts zu sehen. Beim letzten Post mit Begleitung kuschelt Lena Meyer-Landrut mit einem Hund. Und bei Marc Forster dreht sich auf seinem Instagram-Account alles um die Musik. Er zeigt ein Video von seiner Reise nach Uganda. Es bleibt abzuwarten, wann die beiden ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben. Dann hoffentlich als Paar. Ja, was sagt ihr zu den beiden? Was sagt ihr zu Lena Meyer-Landrut und zu Marc Forster? Erstmal natürlich als Einzelperson. Ja, für mich eigentlich beides Personen, die ich nicht so ganz verfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein großer Freund von Marc Forsters Musik, aber ich würde mich natürlich sehr für die beiden freuen, wenn sie zusammen kämen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Beziehungsweise denkt ihr, dass die beiden zusammen passen? Ich wusste auch gar nicht, dass beide Single sind. Ich dachte irgendwie, beide wären in Beziehungen. Ich habe das irgendwann mal gehört, dass sie in Beziehungen wären. Ich dachte, das würde immer so durchgehen. Beziehungsweise wenn eine von beiden Beziehungen dann reist, dann würde man das erfahren. Aber anscheinend hat man das nicht öffentlich kundgetan, so wie man das sonst immer kennt. Und deswegen kam es jetzt zu diesem Gerücht, was jetzt sehr groß angeheizt worden ist. Also wie gesagt, lasst es mich wissen, was ihr von dem Thema haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.